wir sind im modul live coaching der systemischen business coaching weiterbildung zertifiziert vom deutschen bundesverband für coaching am ötz bei institut wir gehen jetzt mal in den großen raum wo praktisch die vorbereitungen stattgefunden haben wo wir die coaches vorbereitet haben das heißt teilnehmenden auch noch mal geguckt haben welche instrumente haben wir in dieser weiterbildung erarbeitet durchgearbeitet auch mit literatur und konzeption noch mal abgeglichen und dann nach dieser agenda praktisch arbeiten wir heute und auch gestern mit der vorbereitung am freitag die gesamte live coaching sequenzen durch gearbeitet hier ist das regiepult sozusagen die teilnehmenden sind jetzt aufgeteilt in drei gruppen und arbeiten zu zweit mit je einem beobachtenden mit den fällen der coaches das heißt die coaches haben wir gestellt das sind klientinnen und klienten von uns und zwischendurch gibt es dann praktisch supervision das heißt wir coachen die coaches und schauen ob wir etwas ändern müssen versuchen dann auch ein stück das abzubilden wie in einer organisation zu gucken muss quasi die personalabteilung etwas machen es gibt reviews wo wir schauen was gibt es für veränderungen die erforderlich sind hier ist unser anblick und ausblick praktisch unseres klosters hier des ehemaligen dominikaner klosters wo unser als bei institut ansässig ist hommes die just de de de